Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zur Belagerung von Burgdrammuk. Uns geht langsam die Munition aus, der Feind hat schon lange keine mehr wie es aussieht. Oh, wen haben wir denn da noch? Haben die doch schon wieder noch einen Schützen ausgebuddelt. Unsere Schützen scheinen fertig zu sein. 44 Kämpfer hier noch. Da können wir jetzt die Infanterie und die Kavallerie eigentlich mal zum Angriff befehlen. Und dann gehen wir mal mit in den Nahkampf hier. Wir wollen uns auch mal mit den Nords kloppen. Ey, werfen ist jetzt aber unfair, ja? Ja, ich komme extra zu euch rauf, also benehmt euch, gefälligst auch dementsprechend. Kann ich euch eigentlich mit hierher ziehen, wenn ich sage, ihr sollt hierher kommen? Lässt sich da was machen? Ne, ich glaube nicht, ich lasse euch lieber auf Angriff. Hier gibt es sowieso genug Nordgeprätze, mit denen ich mich kloppen muss. Ah! Die sind halt eben doch noch am Kloppen, ne? Na, wer will, komm! Jetzt haben sie mich doch noch erwischt, die Schweine! Aber wenigstens hatte ich mal wieder im Nahkampf Spaß, ja? Also... Wir stürmen nochmal schnell, das wird schon was. Und zum Angriff. Und jetzt aber vorwärts hier. Ich will da oben volles Rohr Angriffskraft sehen. Für die paar Leute brauchen wir nun wirklich... Da brauchen wir nun wirklich keine Angst haben. Und hier fliegen die Bolzen wieder, sage ich euch. Die haben doch da oben überhaupt keine Chance, sich zu verteidigen. Die Festung gehört uns. Jojo! Ey, geht mir aus dem Weg! Wie sind's aus? Drei Gegner noch, zwei noch, das war's. Der Feind hat doch gar keine Möglichkeit mehr, uns irgendwie, ne? So, ist mir alles relativ schnuppe? Ist mir wirklich alles schnuppe grad? Mhm, mhm, mhm. Komm, wir den Delinat mal wieder glücklich machen, sonst heult der rum. Gut, Drammuk ist unser. Die blöden Kergiten wollen auf die Fresse. Können wir doch eigentlich eine blutige Bahn hier durchziehen. Wir schlagen uns in den Norden rein. Da sind auch genug Kergitlehen. Die wir allesamt mit rausreißen können. Hier 145 Mann, los geht die Post. Achso, das ist Belagerungsturm. Ne, auf die Belagerungsturmsachen, da gebe ich aktuell nicht viel. Ich würde lieber mal... dann Courant belagern wollen. Da sind zwar viele Leute drin, aber das kriegen wir schon gebacken. Ich hab vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Armee. Das kriegen wir hin. Wir warten noch einen kleinen Moment, da rücken noch ein paar Fürsten, nehm ich nach. So, und die brauchen wir. Ja! Ja! Okay, los geht's. Erobern wir die Stadt. Holt sie von den Zinnen. Äh. So viel Blut. Da fallen mir direkt unanständige Witze ein. Was ist rot und fliegt durch die Luft? Eine Binde Maya. Aha! Entschuldigung. Musste sein. Lies sich nicht vermeiden. Der Lord konnte sich nicht bremsen. Kommt schon, wir müssen nicht schützenlos werden. Okay, wie sieht's aus? Es sieht hier eigentlich augenoptisch mäßig gar nicht mal so schlecht aus. Verschwinde aus meinem Leben. Nimm deine Kollegen mit hier. Na ja. So, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen hier. Los geht's. Jetzt wird sich oben mit den Nords gekloppt. 65 kampfbereit aktuell. Da kommen aber noch... Mann, lass mich doch erst mal aussprechen. Ich wollte gerade sagen, da kommen aber garantiert noch Verstärkungstruppen. Hier waren ja weit über 200 drin. Aber nee. Nicht mal aussprechen lassen sei. Nicht mal das gönnen sie mir. Ah nee, das sind ja auch gar nicht die Nords eigentlich hauptsächlich gegen die wir kämpfen. Das sind ja nur nur Truppen. Kuror gehört aktuell den Kergiten. Das ist ja Spannung pur. Immer rein. 105 aktuell noch. Zonk. So, wollt ihr mich da oben eigentlich rein weiße flaxen? Ich will eure Gedärme breit treten. Oh yeah. Hey, wer ist denn da hinten so einsam? Oh, jetzt kriege ich einen Pfeil rein. Wenn ich den mal treffe. Ah. So. Wollen wir hier noch mehr so einsame Luden? Na, was soll denn das? Hier. Kriegt er auch was ab. Wenn ihr nicht so traurig seid. 91 Mann, wir ziehen uns zurück, um erneut eine Welle des Angriffs loszutreten. Damit wir wieder volle Munition haben. Wieder genug Feinde dran stehen, die direkt eine drüber kriegen. Und direkt ab dafür. Hab einen. Ich bin glücklich. Werft ruhig mit eurer Scheiße hier rum. Ist mir doch egal. So, und da es hier nicht viele Schützen gibt, schicken wir unsere Nahkampfsocken direkt los. Damit die ganzen Schilde in denen ihre Richtung zeigen. Und nicht mehr in die von unseren Schützen. Damit unsere Schützen ihre Munition nicht zu sehr vergeuden. Und wirklich mal was bedeutendes treffen. Oh ja. Oh ja. Immer rein, Männer. Immer rein. Oh ja. Das ist so schön. Wie die ganzen Feinde sterben. Es ist herrlich. Verschwinde. Du auch. Du sowieso. Da haben wir auch noch einen Kopf. Da erst recht. Da auch. Ha! Ich bin gerade in Höchstform hier. Gewesen. Jetzt nicht mehr. Oh, wen haben wir denn da hinten noch einsam und verlassen? Der soll natürlich nicht auf unsere Leute feuern. Bitteschön. Wie schaut's aus? 77 Gegner. Weitaus mehr, als ich jetzt gedacht hätte, offen gesagt. Ich dachte, wir hätten schon, was weiß ich, wie viele niedergeklöppelt. Aber aktuell klappt das mit dem Treffen unserer Armee nicht so gut, wie es aussieht. Dabei habe ich noch wirklich so viele abgeräumt. Dabei habe ich noch wirklich so viele abgeräumt. Haben denn meine Verbündeten Schützen überhaupt nichts getroffen? Die Deppen. Weil bei mir sind noch mindestens 20 von den Toten auf der Liste, hä? Neue Gegner. Dich habe ich. Holla, 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 holla. Danke. Geht mir schon wieder die Munition aus. Hey, nicht bewegen, bitte. Danke. Oh, da habe ich wem weggezwiebelt, den ich gar nicht anvisiert hatte. Was soll's? Hallö, 353 aufbögen. Äh. Wollt ihr auch noch ein paar Pfeile einstecken, eventuell, bitte? So, jetzt habe ich keine Muni mehr. Geht meinen Schützen aber ähnlich, die haben auch nichts mehr. Nichts mehr, womit sie dem Feind noch Leid zufügen könnten. Also tun wir das, was wir am besten können. Noch einmal neue Leitern zimmern. Und bei der Welle, das sollte jetzt eigentlich auch die finale Welle sein, denke ich mal. Komm, wir greifen mal wieder bei Nacht an, hatten wir lange nicht mehr. Und das machen wir direkt so. Dann können wir nämlich zugucken, wie es hier rund geht, sage ich euch. Immer drauf, auf die Gesellen. Besonders auf den da. Was treffen von meiner Seite aus, wäre jetzt eigentlich auch eine Option. Aber die, die kriegen es gerade tatsächlich alles ganz gut geflockt. Aber selbst das kann mir egal sein. Die kriegen schon wieder so einen Teppich an Munition reingepfeffert, weil wir wieder Munition haben. Dass da auch denen ihre Schilde nicht ewig halten. Sind jetzt schon wieder sieben weg von denen. Weitere werden schnell folgen. Vierunddreißig Gegner. Nicht mehr lange. Einunddreißig noch. Was will denn der da? Hallo, kommt mal an die Zinnen, damit ich euch besser treffen kann. Ey, kommt zurück. 27 Gegner und die halten diesen Kasten. Ich glaube es echt nicht. Kommt schon. 19 Gegner, ist das euer Ernst? Jetzt reicht es mir. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht. Kann doch nicht sein, dass ihr für die paar Leute so lange braucht und auch noch selber auf den Dez bekommt. Alle runter jetzt. Jetzt bin ich mal am Zug. So, Freunde. So. Na, so sollst du nicht zuschlagen. Du sollst es noch nicht zuschlagen. So soll das sein. Au, ach kommt schon, ihr Scheiß-Nurz. Verluste. Keine Verluste bei mir. Kannst du nicht einfach aufgeben? Na also. Ich habe doch keine Lust, mich hier jahrelang mit dir zu kloppen. Hast du was, was ich will? Ich glaube nicht. Ne. Er hat noch nichts hier, der mehr schaut. Der wird sich freuen. Äh, was kriege ich denn jetzt? Ich würde das gerne alles kaufen. Einfach, um es zu haben. Und da haben wir Kuron einfach erobert. Glaubt ihr es denn? Und wenn wir schon mal hier sind, ziehen wir jetzt in die Richtung weiter. Und penetrieren die Nords noch ein bisschen. Damit die hoffentlich zeitnah um Frieden betteln. Das wäre mir nämlich ganz lieb, wenn wir mit denen wieder Frieden hätten. Wir haben denen ja erstmal gezeigt, was hier los ist. Und wer hier Sachen hat und alles. Von daher ist es mir mit dem Gekloppegrad gar nicht so übelst nötig. Wieso spielt es schon wieder die Kapelle, nicht? Kapellmeister, was soll das? Willst du hingerichtet werden, oder was? Ich brauche Musik, die mich unterhält. Also vorwärts. Wie sieht es aus? Ich habe mir erst zu wenige getötet. Meine Armee ist scheiße. Na sowas. Ah, da haben wir auch noch günstige Ziele hier, ne? Ah, der Kapellmeister hat sein Notenbuch gefunden. Oh, da habe ich den sogar erwischt, oh. Und erledigt. 31 Gegner vernichtet. Genau so will ich das. Immer schön auch auf die Huskars drauf gehen, bitte. Ist ganz wichtig, dass wir die eliminieren. Möglichst die attackieren, bevor sie uns überhaupt ansatzweise attackieren können. Also schützen. Gebt bitte euer Bestes. Es ist in der Tat wichtig. So, wie sieht es aus? 60 Gegner noch parat. Zeig dein hässliches Haupte, danke. Zonk. 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 45, Feinde. Lasst euch halt mal treffen. Ein Schütze. Ich fasse es ja nicht. So eine Seltenheit auf den Wellen noch sehen zu dürfen. Erfüllt mein Herz. Mit Freude. Besonders, wenn es niedergeht. Wie die 1,28 Feinde. Gleich schauen wir, was ihr schafft. Und hier habe ich aber auch nichts weiter, was ihr attackieren könnt. Die treffe ich nicht wirklich. 13 Gegner. Ein Teufelsdutzend stellt sich uns entgegen. Wer will. Achso, das war's. Oh, na gut. Soll mir recht sein, erobert. Ein zweiter Waffenknecht, den nehme ich mit. Sonst will ich hier gerade gar nix. Ich verliere auch gar nicht so sehr viele Leute, dass ich es irgendwie nötig hätte. Alles mit dir, Kavel. Kannst du mich dann besser leiden? Na, ich weiß ja nicht. So, wieder was eingenommen. Überraschung. Na gut, Freunde. Danke fürs Zuschauen, wie immer, ne? Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.